Wenn du eine eigene Webseite hast, dann kennst du wahrscheinlich die Problematik, dass du nicht so richtig sicher bist, für was du schreiben sollst. Du kannst natürlich einfach drauf losschreiben, wirst aber vielleicht feststellen, dass praktisch niemand quasi deine Webseite besucht. Was man machen sollte, wenn man mit der Webseite auch vielleicht Geld verdienen muss oder so möchte, dann, dass man für die richtigen Keywords auswählt. Und Google hat hier ein Tool veröffentlicht, den Google Ads Keyword Planner, der einem hilft, die richtigen Keywords zu finden. Ich schreibe dir die URL, unter denen du dieses Tool aufrufen kannst, unten in die Videobeschreibung. Schau da bitte rein. Und ich zeige dir jetzt einfach einmal einen Durchlauf, bis die auf neue Keywords entdecken. Und jetzt gibst du wohl ein, das beste Keyword für die Webseite. Wichtig, Keywords sind nicht nur einzelne Wörter. Keywords sind auch Kombinationen von mehreren Wörtern. Jetzt kann man mal Webseite Keyword. Da gibst du einfach mal Ideen ein, rund um dein Keyword. Und was du hier auch noch anpassen solltest, dass du das richtige Gebiet auswählst, dass er nicht in den falschen Gebieten sucht. Ich habe jetzt hier eingestellt, Deutschland, Schweiz. Ich könnte jetzt hier draufklicken, könnte auch andere Zielgebiete eingeben. Und das solltest du, wenn du in Deutschland zum Beispiel bist, anpassen. Ich klicke jetzt mal hier auf Ergebnisse anzeigen. Und du siehst, das wird jetzt nicht so arg viel gesucht. Ich kann jetzt hier sortieren. Und dann kommen auch verwandte Suchergebnisse. CEO-Ranking-Check hat hier am meisten. Website-Keyword hat hier 20. Website-Google-Ranking 20. Und jetzt hätte ich vielleicht mein Keyword, Website-Keyword. Sollte mir aber auch noch anschauen, was die Konkurrenz so schreibt. So, wenn du schauen willst, was die Konkurrenz so schreibt, dann beachte, dass hier diese Artikel, die mit gesponsert markiert sind, dass das natürlich beworbene Artikel sind. Ich würde hier in die sogenannte organische Suche, also alles, was hier nicht mit gesponsert markiert ist, reingehen. Und da siehst du jetzt ein Tool, mit dem man Keywords finden kann. Das wäre vielleicht nicht unbedingt das, was man braucht. Aber hier, so findest du heraus, mit welchen Keywords deine Website wahrscheinlich rankt. Klicke wir mal da drauf. Bei Google gefunden wird, okay. Gehen wir mal auf Google, akzeptieren. Und dann kann man sich durchaus mal anschauen, was schreibt denn der Mitbewerb so. Grundsätzlich ist natürlich ganz wichtig, du sollst nichts abschreiben. Also keine fremden Artikel abschreiben. Aber man kann durchaus mal sich am Inhaltsverzeichnis orientieren, was wird hier alles beantwortet. Und diesen Artikel eher noch vom Inhalt her noch besser machen. Was man auch noch beachten kann, wenn man jetzt hier so ein Keyword eingibt, so ein Suchwort. Was sind die ähnlichen Fragen? Diese Fragen lohnt sich in der eigenen Website zu beantworten. Möglichst alle. Oder auch die ähnlichen Suchanfragen. Generell ist es im Moment noch so, das haben so die Tests von verschiedenen Suchmaschinenexperten gezeigt, dass möglichst alle umfassenden Artikel bei Google gut ranken. Ranken bedeutet also, gut im Suchergebnis sind. Und kurze Artikel eher das Nachsehen haben. Und du siehst auch bei dem Artikel, wo wir uns gerade angeschaut haben, wo war man denn da? Von der Melanie Hauks. Sie hat da schon sehr, sehr viel Mühe reingesteckt. Und wenn du wirklich ganz oben sein willst, dann musst du auch die Mühe mit reinstecken oder sogar noch mehr Mühe reinstecken. Wenn du lokal bist, dann kannst du ergänzt mit dem jeweiligen Wohnort oder mit dem jeweiligen Wohngebiet, zum Beispiel bei meinem Computerservice Basel, hast du es ein bisschen einfacher. Da ist in der Regel die Konkurrenz nicht ganz so hoch, wobei es eben bei einem Computerservice, die Konkurrenz auch relativ hoch ist. Aber bei der lokalen Suche kannst du das immer ergänzen, die Keywords mit deinem Ort, wo du bist. Ja, das mal so als Idee, wie man an die Keywords kommt. Generell, wenn du das Keyword-Ideen-Tool nicht nutzen willst, kannst du auch einfach normal mit Google arbeiten. Angenommen, wir wollen mal bestes Mikrofon finden. Dann geben wir das mal ein. Wieder die gesponserten Artikel außer Acht lassen. Und dann mal schauen, was hier jeweils an Ergebnissen kommt. Die 14 besten Mikrofone im Test und Vergleich. Das geht also in Richtung Mikrofontest. Und wenn das nicht deine Intention ist, dann solltest du ein anderes Keyword wählen. Google spielt ja bei bestes Mikrofon wirklich Testergebnisse aus. Und da wird es dann schwierig, mit einem anderen Artikel irgendwie auch relativ weit oben zu kommen. Ja, dass man nur als kleiner Einstieg in die Welt der Suchmaschinenoptimierung ein sehr weites Feld, was man nicht in einem kurzen Video abschließend behandeln kann. Generell ist es wichtig, dass man nicht nur für das Keyword schreibt und auch das Keyword nicht übertrieben oft in deinem Artikel erscheinen darf. Denn das ist dann Keyword-Stuffing. Das erkennt Google inzwischen. Und schon gar nicht so Sachen, wie man es in den Anfangszeiten vom Internet gemacht hat, dass man 20 Mal das Keyword reingeschrieben hat und dann mit weißer Schrift auf weißem Grund. Das hat ganz am Anfang mal funktioniert. Das funktioniert aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich bin Lars vom Kanal it-zeugs.de. Für mehr Videos dieser Art, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du keine weiteren Folge verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund. Ciao.